Hey, what's up guys? Ähm, ja. Wo waren wir? Achso, bei dieser Scheiße von Spiel. Ähm. Und da kommt dann auch noch die Steinkugel raus. Natürlich. Geht schon wieder super hier los, ey. Muss ich ja an dieser Stelle mal anmerken. Boah, ey, du kannst doch nicht die Augen auf alles gleichzeitig richten. Hier wird durch gesaved. Nur mal so, ne? Just save. Nein! Diese dreckige scheiß Penne, ey. Ey. Diese Stage ist einfach nur so ein Rotz, ey. Ganz ehrlich. Nein! Nein! Ey, es ist ein Kremsgespür. Ganz ehrlich. Ich hasse diesen Part. Ich hasse Teil 2. Teil 2 ist doch ziemlich der schlimmste Teil der NES-Reihe. Ist so. So, ich mach jetzt das hier. So. Wie viel Zeit hab ich denn? 32. Ja, das reicht. Für den dritten reicht das. Nein. Nein. Ich sagte nein, du Bauer. Oh, dieser scheiß Pisser, ey. Und da kommt der. Oh, ist ja nicht so, als wenn du hier ein Ort hättest, wo du sicher wärst oder so, ne? Fuck. Nein, nein. Fuck. Okay, nee. Muss ich so machen. Okay, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier keinen Fortschritt kriegen. Fuck. Mann. Dieses Krebsgeschür einfach nur, ey. Es ist ein Traum. Okay. Ich glaube, es wird auch schneller mit der Zeit. Kann das sein? Nein. Nein. Fuck. Fuuuck! Wah! Ne, das muss ich Ok Ne, jetzt Na komm, ich möchte Ne, drei Striche sind mir zu wenig Fuck Ja Verrecke, ey Verrecke an deiner Scheiße Oh, heimlich gesagt So, Boss 3 So, das erste, was wir machen Ist mal wieder, wir versuchen Den Kopf abzuschlagen Und das kann Wenig dauern Da, 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 da Da, da, da Scheiße Warum treffe ich den gerade nicht Eine schwere Part ist eigentlich nur die Kugel da abzukriegen Ne, jetzt nicht die Kugel Den Kopf da abzukriegen So Ja, komm, das wird Jetzt achten die Zeit 150, okay, das wird Das ist nicht mehr viel Ich weiß es ganz genau Na, hätte ich Das hätte ich eben machen können Na komm Warum treffe ich den gerade nicht, ey Kapiere ich nicht Okay Zwei Okay So, ich muss nur den richtigen Punkt Filmen Das ging Das geht Das geht Ich weiß es Nein Na, das war scheiße Nein Oh Das geht Ich weiß es doch Ah, fuck Jetzt Ich weiß es Ich weiß es Ging Ja Ich hab einen Lauf Yes Ich hab ihn Yes Okay Das war's Realized Plays und Attacker 2 Ich fasse Ich fasse dieses Spiel nie wieder an Teil 2 Absolut Meiner Meinung nach Der schwerste Teil der NES-Reihe Und ja Ähm Das kann ich jetzt leider nicht überspringen Warum auch immer But I don't even care about it Ähm Was als nächstes kommt Weiß ich nicht Kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen Lasst euch einfach überraschen Ich bin mir noch Gar nicht sicher Was so kommen wird Das einzige was ich In Zukunft vorhabe Ist Blinders at Blacklist Das dauert aber noch Weil ich mir das Spiel garantiert nicht zum Release gekauft habe Beziehungsweise vorhabe zu kaufen Je nachdem wann dieses Video überhaupt hochgeladen wird Soll am Mitte, Ende August Sollte ja rauskommen Ich wird's wahrscheinlich Gegen im Dezember irgendwann kaufen Doesn't matter Lasst euch überraschen was so in der nächsten Zeit kommt Ich weiß es selber noch nicht Wie gesagt Und bevor wir uns dieses Crappige Ende noch weitergeben War's das mit Ninja Gaiden 2 Wir sehen uns im nächsten Video wieder Bis dann Und ciao Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann